Herzlich willkommen bei der Dachdeckerei Hirsekorn aus Uetersen. Als professioneller Ausbildungs- und Meisterbetrieb stehen wir Ihnen seit 2016 mit umfangreichem Know-how und modernen Techniken zur Seite. Unsere Leistungen umfassen den Ausbau, die Wartung und die Reparatur von Dächern sowie Schornsteinbekleidungen und den Einbau von Dachfenstern. Auch in Sachen Bauklempnerei und Flachdacharbeiten sind wir ein kompetenter Ansprechpartner für Kunden der ganzen Umgebung. Dachdeckermeister Torben Hirsekorn steht Ihnen mit seinem Team in allen Fragen rund um Planung, Durchführung sowie der Umsetzung von Projekten im Großraum Pinneberg und Hamburg zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017